Hauptsache ich werde hier nicht überfallen und von hinten, ja. Ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Ich stehe hier, ihr könnt wahrscheinlich immer noch nichts sehen, da vielleicht die Windräder, genau. Auf einem nicht sehr schönen Park-and-Wide-Parkplatz. Wir haben uns gerade getroffen, um Geschenke auszutauschen, weil wir dieses Jahr nicht rüberfahren, gesundheitsbedingt. Und, ich muss mich gerade selber loben, ihr kennt ja meine LED-Lampen, die zum schnell abnehmen. Und was wir gerade festgestellt haben, erst mal, wie immer, wieder richtig geil hell, aber hier stand gerade das andere Auto, also hier so. Ja, war ein bisschen schwierig mit Licht und Kofferraum an Kofferraum und dann kam ich mal eben auf die Idee, hey, die sind doch mal genäht durch die geilen Teile, dann willst die doch einfach woanders hin. Und das Ding haben wir aber auch, keine Ahnung, beim anderen Auto auch an den Kofferraum geböbbelt, oben an die Klappe und schon. So, mein Weitwinkel. Ja gut, der Weitwinkel ist sowas von lichtunempfindlich, aber ich gehe einfach mal ein Stück weg. Hauptsache ich werde hier nicht überfallen und von hinten, ja. Also, nochmal, die Lampen sind genial. Ich empfiehle sie definitiv immer noch weiter und ich weiß auch, sie auch ganz schön viele von euch schon gekauft haben. Und apropos kaufen, ja, ist Werbung. Aber es freut mich trotzdem jedes Mal, wenn ihr es macht. Link ist in der Beschreibung. Die Dinger machen einfach Spaß. Ja gut.